Was ist beim Thema Wasserstoff eigentlich Wunsch und Wirklichkeit? Wo stehen wir? Und wie viel ist Wirklichkeit und wie viel ist Wunsch? Also technologisch muss man ganz klar sagen, sind wir da, wo wir eigentlich hinwollten. Wir sind jetzt ready to go. Wir könnten jetzt loslegen. Die Unternehmen könnten loslegen. Zugegebenerweise wird es da sicherlich auch noch Lernprozesse, wie bei allen neuen Technologien geben, wie wir das bei der Windkraft hatten. Was es fehlt, ist so ein bisschen, dass wir jetzt die Investitionssicherheit haben, dass die Unternehmen auch wirklich investieren können, losrennen können. Sie wollen damit Geld verdienen, müssen damit Geld verdienen und daran fehlt es. Wir haben in der Europäischen Union gegenüber dem amerikanischen IAA zwei entscheidende Nachteile. Beide Instrumente, die die amerikanische Regierung beim IAA nutzt, haben wir nicht im Werkzeugkasten. Also wir können weder den Strompreis garantieren, noch können wir Steuern absenken. Also müssen wir uns was anderes einfallen lassen, um den IAA zu umgehen. Und leider haben wir wenigstens auf der europäischen Ebene diese Möglichkeiten in der Tiefe nicht. Ich wollte, ich hätte sie. Weil dann könnte man natürlich auch sagen, okay, wir garantieren den Preis, wir gleichen das mit europäischen Mitteln aus und hätten die Maßnahmen. Das müssen wir weiterhin an die Nationalstaaten delegieren. Beim Wasserstoff rennen wir von einer Eischolle auf die nächste und hoffen, dass es im nächsten Haushalt des nächsten Jahres mal wieder ein Förderprogramm gibt. Daraufhin kann keiner der großen Hersteller irgendeine Produktionslinie aufbauen. Absolut. Das brauchen wir. Wir brauchen verlässliche Hochlaufkurven bis 2030. Weil Frau von der Leyen mit dem Versuch gescheitert ist. Also die hat sich ja sehr weit rausgewagt mit einem neuen Finanzierungsinstrument, das sowas hätte machen können. Sie hat das Souveränitätsfonds genannt. Und jetzt, du hast gesagt, wir dürfen uns hier deutlich ausdrücken, was jetzt kommt, ist ein Fliegenschiss. Meine Krisenerfahrung ist, Europa ist ja die, wenn die Mitgliedstaaten sehen, es geht nicht anders, dann raffen sie sich auf zu mehr Geld, zu mehr Verabredungen, zu mehr Instrumenten. Aber der Druck muss auf die Flasche drauf, dass sie sehen können, so wie es jetzt erst mal eingestellt ist, reicht es nicht weit genug. Die Investitionen in die Energiewirtschaft sind gewaltig, die dort getätigt werden müssen. Wir brauchen Regulatorik und Finanzierung, Instrumente, die staatlicherseits auf den Weg gebracht werden müssen. Wir müssen im Moment wirklich alles mobilisieren, was gerade geht. Wir stehen ja auch im internationalen Wettbewerb. Also da gibt es ja noch ganz große andere, die auch Wasserstoff brauchen und Wasserstoff wollen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die durchaus weniger Regulatorik haben, die durchaus weniger kompliziert sind wie die Europäische Kommission. Also alles das ist jetzt nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil für uns. Deshalb würde ich sagen, jetzt so viel wie möglich und wirklich an allen Schrauben drehen. Wasserstoff ist ein Schlüsselthema, insbesondere für die industrielle Transformation. Und Age2Global spielt in diesem Konzept eine ganz zentrale Rolle, weil eines ist klar, trotz der Ausbauziele der Bundesregierung, wir werden Wasserstoff die Mengen, die wir brauchen, nicht alleine in Deutschland herstellen können, sondern wir brauchen internationale Partner. Da ist immer meine Frage, was ist Age2Global, was macht Age2Global, wo steht Age2Global heute? Wir haben festgestellt, dass die Finanzwirtschaft eigentlich gerne bereit ist zu investieren, weil Geld da ist. Auf der anderen Seite aber keine Abnehmer da waren. Also dass man wirklich auch die Risiken aus dem Markt rausnimmt, auf der anderen Seite einen ganz gesicherten Off-Take auch garantiert und auf der anderen Seite oder auf der dritten Seite dann einen Markt, den es im Moment noch gar nicht gibt, überhaupt erst mal ermöglicht. Die Stiftung selber hat einen Intermediär, also die besitzt eine Firma, die ist nichts anderes wie so eine Art Market Maker oder ein Trader. Und die HINCO, das ist die Firma, Hydrogen Intermediary Company, die auktioniert weltweit jetzt gerade Wasserstoff. Die ersten drei Auktionsrunden sind gerade mitten im Laufen. Das heißt, wir kaufen fest Wasserstoff und Wasserstoffderivate ein, grüne, und geben damit auch eine zehnjährige Abnahmegarantie. Das Netz muss nicht nur Strom übertragen, sondern wir brauchen Speichermedien. Das kann in Form von Batterie oder auch im Wasserstoff erfolgen. Wir brauchen den Ausbau der Infrastruktur im Gasbereich. Und da, finde ich, hat aber jetzt das Energiewirtschaftsgesetz schon mal in der Regulatorik, im Staat, im Kernnetz, gute Rahmenbedingungen geschaffen für Investoren. Man hat jetzt den loyalen Blick auf die, die es können, auf die Netzbetreiber. Und die müssen jetzt in der Geschwindigkeit, wie wir LNG-Ports geschaffen haben, jetzt auch gucken, dass wir die nationale Infrastruktur dementsprechend bereitstellen.